Hallo, mein Name ist Benedikt Heidt von der School of Economics at the University of Adelaide. Ich beschäftige mich vor allem mit Globalisierung und internationalen Handels- und Investitionsabkommen. Wie beeinflussen diese Abkommen das Verhalten multinationaler Unternehmen? Wer profitiert von diesen Abkommen? Gibt es negative Auswirkungen? Was macht der ganze internationale Handel mit der Artenvielfalt auf unserem Planeten? Was mich besonders interessiert ist, wie wollen wir die Globalisierung gestalten? Wenn Du Dich auch dafür interessierst, schreib mir!